Hallo? Was geht? Moin, bin wieder da. Was hast du für ein Skin da? Bruder, ich hab den Renegade Raider. Hast du das gleich gesehen? Warte, schauen wir. Ne, du hast es gleich gesehen im Discord. Ey, Dings. Erst war korrekt, dass du gekommen bist und so. Keine Ahnung, was du gerade sagst. Falls du mich trollst, ist es auf jeden Fall total lustig, Kipo. Ne, Spaß beiseite, aber Ehrenmann auf jeden Fall, dass du gerade gekommen bist. Ja, ich habe im Discord deine Nachricht gesehen, Bro. Ehre. Und ich würde sagen, wenn du Bock hast, dann würde ich mich direkt erst mal bewerben. Also mein Name, mein Ingame-Name ist Aviz. Ich bin 16 Jahre alt, würde mich gerne bewerben. Mein Lieblings-Skin ist Renegade Raider. Und ja, ich würde mich gerne für deine OG-Klam bewerben. Und ja. Renegade Raider, oh mein Gott. Oh Gott, dein Skin sieht so scheiße aus. Alter, mit dem Skin. Bruder, erst wenn du irgendwas drauf hast, dann vielleicht. Der hier vielleicht? Die Spitzhack habe ich auch noch bewerben. Hier, guck mal. Die sind kacke aus. Halt dein Maul. Halt einfach dein Maul. Das ist eine krasse Skin-Kombination. Was ist dein Problem? Bro, der guckt immer mein Skin an und deiner, Alter. Meiner ist so selten. Warte, warte, deiner selten? Der ist sauselten, hallo? Die waren gleichzeitig im Shop, der Renegade Raider und die Spitzhack waren auch wieder falsch im Super. Ja, aber ich denke, der Renegade Raider ist genau danach, ganz knapp danach auf Platz 3, weil gleichzeitig im Shop sogar später im Level. Nur, ich will jetzt nicht böse sein oder so, aber deinen haben die Leute gekauft. Also, weißt du, warum deine überhaupt selten ist? Ich erzähle mal eine kleine Story, guck mal. Ich habe ihn mir angeguckt, habe mir so überlegt, soll ich den kaufen? Und dann kam mir raus, nee, der ist ziemlich hässlich, weißt du, was ich meine? Der ist ziemlich hässlicher Skin. Was für hässlich, hallo? Der ist der beste Skin, Alter. Bruder, ihr habt sogar Codenamen Elfenklang. Was wollt ihr mir erzählen? Bruder, du pranksst mich doch bestimmt, oder so. Was solltest du? Nein. Meinst du, das ist jetzt tot ernst, dass Renegade Raider schlechter ist? Ja, klar. Der hat nichts drauf. Der hat gar nichts drauf, okay. Komm. Ich fordere dich, glaube ich, dann mal lieber heraus, statt in deinen Clan zu kommen, denke ich mal, Digga, weil... Entweder du Trollst mich... Ich will mich einfach für deinen Clan bewerben und jedes Mal kommt die gleiche Scheiße. Es gibt tausende Fortnite-Clanes, alle machten sie weh, alle angeblich kein Renegade Raider drin. Was ist los mit euch? Was habt ihr gegen Renegade Raiders? Check ich doch. Der sieht kacke aus. Ja, okay, aber er ist doch selten, oder nicht? Ja, aber nicht so selten wie uns. Aber Code-Namen 11 ist seltener, oder was? Ja, sowas. Oder... Komm, dann lass einfach eins gegen eins spielen und zeig dir mal was drauf ab, okay? Na, dass wir jetzt sehen. Okay, willst du um irgendwas spielen, oder dass ich einfach in den Clan reinkomme, oder was willst du machen? Ähm... Mal sehen, vielleicht um meinen Account... Um deinen Account willst du spielen? Ja, safe. Alter, ich zieh dich sowas von ab. Ja, können wir auf jeden Fall machen, easy nicht, Bruder. Dann lass mal rüberschmecken. Warte, du hast mich auf Discord, warte. Schreib dir mal einen Punkt. So, kannst du alle Daten schon mal rüberschicken, Bruder. Ähm, genau. Was genau? Glaubst du nicht, dass ich dich klappe? Wave nicht, hallo? Ja, komm runter. Ja, wegen meinem Skin jetzt, oder wie denkst du, dass du besser bist? Okay, drei, zwei, eins. Wenn du auch mal auf so einen krassen OG Account zocken willst, dann höre einfach kurz zu, und ich erkläre dir, wie du auf so einen Account zocken kannst. Denn ich werde jetzt einmal im Monat jeweils einen Abonnenten auf einen Fortnite Account spielen lassen. Das bedeutet, wenn du Glück hast, kannst du auf diesen Account hier spielen. Ich erkläre dir jetzt genau, wie du mitmachen kannst. Lasse einfach jetzt auf jeden Fall ein Like auf dem Video da, abonniere den Kanal, aktiviere gerne die Glocke. Das sind Sachen, die du sehr, sehr gerne tun kannst. Ansonsten kommentiere einfach nur 15 verschiedene Male, warum du auf diesen Account hier zocken willst. Es ist mir sehr, sehr wichtig, jemanden auf diesen Account drauf zocken zu lassen, der wirklich erklären kann, warum er auf diesen Account zocken will. Und kommentiere einmal einen Kommentar mit deinem Epic-Namen und einmal einen Kommentar mit deinem Instagram-Namen, falls du Instagram besitzt. Ansonsten schau einfach das Video bis zum Ende in. Und wenn du das Ganze gemacht hast, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Glück. Ich werde, wie gesagt, dann eine Person aus den Kommentaren raussuchen. Ist ja wie gesagt mega korrekt, lasst auf jeden Fall dann ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und mit Apple Store könnt ihr dann, wie gesagt, auch mal auf so einen krassen OG-Account zocken. Und falls ihr meinen Supporter-Creator-Code YouTube-Avis eingibt, Leute, im Itemshop, dann könnt ihr mir davon einfach hier auf den eingeblendeten Instagram-Account, wo ihr dann einfach nur folgen müsst, mir ein Bild senden bzw. das in eure Story reinpacken. Und ich werde jetzt einmal in der Woche jeweils mir eine Person raussuchen und den einfach mal ein Geschenk schenken, Freunde, in Fortnite. Das bedeutet, wenn ihr Bock habt, packt den Creator-Code rein und mit Apple Store könnt ihr eine glückliche Person sein oder einer der glücklichen Personen. Ich suche nur ein bis zwei Leute mal jede Woche aus und löse das dann wirklich auf. Und dann seht ihr dann auch in den neuen Videos, deswegen auf jeden Fall Glocke aktivieren, die ihr auf jeden Fall dann ein krasses Geschenk bekommt. Und wie gesagt, als kleines Dankeschön für euren krassen Support. Jetzt habe ich euch gesagt, viel Spaß weiter mit dem Video und ansonsten vielen Dank für den krasses Support und let's. Mach mir eine kurz so eine schmackige Runde Digga, was denn los ist mit dir Digga? Du bist ja komplett los. Ja, okay. Okay. Ich habe auch ein bisschen weg. Ich habe auch ein bisschen weg. Fortnite hat das so dumm gemacht mit den Nineties, man. Das ist unglaublich. Ahja. Cooler. Oh, wirst du kommen. Na? Müsst du eigentlich nur eine Runde jetzt auseinandergenommen werden? Ich könnte auf die Chance, wenn du willst zwei. Komm, du musst nur eine Runde gegen mich gewinnen. Wenn du eine gewinnst und ich, bevor ich dich zweimal hintereinander jetzt wegklappen werde, dann kannst du von mir aus... Was willst du überhaupt haben? Willst du überhaupt irgendwas haben? Oder... Oder deinen Account, alter. Hä? Du meinst du grad, der ist nichts wert? Alles gut bei dir irgendwie? Ja, trotzdem. Der Skint, der sollte nicht mehr rumlaufen. Bruder. Ja, der sollte nicht mehr rumlaufen. Wenn du den hast, dann läuft der doch auch immer noch. Was willst du dann mit meinem Account machen? Keine Ahnung. Ich würde mal das ernst auf einmal. Gut, okay. Nicht schlecht. Kein Aimgrad. Kein Aimgrad, Digga. Was ist das? Ich komm auch. Ich muss... Ah ja. Aha. Du machst... Wieso machst du jetzt auf einmal wieder so ernst? Das check ich nicht. Und... Ja, nice Strap auf jeden Fall. Nicht schlecht. Bruder, Lava nicht. Boah. Okay. Nicht schlecht. Hatte beinahe sogar geklappt. Hat sogar beinahe geklappt. Bruder, es ist so amüsant mit dir. Für dich, Bruder. Oh. Glück gehabt. Bruder. Bist komplett runter? Alter, so ne scheiße ist leck. Hu 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 hu. Easy. Bruder, was willst du? Warum machst du so nen langen Fight draus? Guck mal. Ganz ehrlich. Ich mach jetzt einmal... Ich wollte dir einmal die Chance geben, Bruder. Du bist aber anderslos. Guck mal. Ich weiß nicht mal, wo links und rechts ist. Komm, geh mal weg, Digga. Was ist das? Bruder. Alter. Alter, das ist einfach so Lack, Alter. Das ist so n großen Ping, Alter. Ja, n großen Ping. Nicht n hohen Ping, sondern n großen. Ja. Du bist auf jeden Fall. Du bist auf jeden Fall im Building, Bruder. So. Ich geb dir ja noch die Chance. Ich hab dir gesagt. Jetzt finale Runde. Guck mal. Ich werd... Ja komm, Digga. 1 Pickaxe und dann war's das. 3, 2, 1. Jetzt geht's. 1 Pickaxe jetzt für dich, Bruder. Nicht mal respawn. Weißt du? Ich mein nicht mal respawn. Oh, okay. Er will ernst machen. Hol ich mal ganz kurz einmal. Zack. Du bist doch gerade eben noch Bock der Baumeister gewesen. Wo sind die Skills? Einer Lava nicht. Nein, das League-Taste geht grad nicht. Ich mein Ducken-Taste. Oh, nicht schlecht. Jetzt ist es beinahe geschafft. Triffst du nichts? Triffst du nichts? Nein! Bruder! So. 2-0. Hab ich doch gesagt. Ich brauch mich nicht mehr anstrengen. Ich hab nicht mal einen Hit von ihr bekommen. Nicht mal einen Hit. Weißt du ich mein? Alter. So. Weißt du was du von mir bekommst? Ja, dein Account jetzt, weil ich gewonnen hab. Ganz sicher nicht. Du bekommst sowas von gar nichts. Alter. Wie? Wieso bekomm ich gar nichts? Als ob ich dir den geilsten Account gebe. Hallo? Gerade eben. Ich meine, guck doch mal den Skin an. Ja, toller Skin. Der Skin ist auf jeden Fall cooler. Aber meiner ist cooler. Wuuuui geht. Sowas von nicht, Alter. Ja. Du hast einfach einen Plan. Hä? Hallo? Ja. Ich mach auch nichts mal so. Bruder! Und dann nehme ich einfach den Lobby. Ehrenlos. Ehrenlos. Aber was? Tja. Aktueller Stand, Leute. Ich weiß nicht, ob dieses Video überhaupt jemals online kommt. Ich wusste, dass sowas passiert. Weil er war eine halbe Stunde drin. Ich hör ihn so telefonieren. Jetzt nehm ich ihn richtig auseinander. Jetzt troll ich ihn. Ich bin der Beste. Haha. Er hat voll den schlechten Skin. Ich hör ihn telefonieren, Leute. Es ist Stand 17.05. Gerade. 21.09. Und Leute. Er erzählt mir hier irgendwas. Von wegen, sein Skin ist der seltenste. Bla, blie, blie, blablablu und was. Dann sagt er, er will seinen Account. Es ist immer die gleiche Sache, Fortnite Deutschland Discord. Leute, was ist das? Was soll das? Egal, Leute. Wenn das Video auf jeden Fall online kommen sollte, dann schreibt einfach mal jetzt euren Lieblings-Scan rein. Von den beiden. Entweder Renegade Raider. Oder ihr schreibt Arial Assault Trooper. Also entweder Renegade Raider oder Falsche Trooper. Dahinter schreibt ihr dann einfach mal euren Epic Games Namen. Und ich werde euch dann einfach mal adden, Leute. Mich würde es auf jeden Fall mal interessieren, welchen Skin ihr cooler findet. Natürlich war sein Skin auch mega cool. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich den Renegade Raider cooler finde. Deswegen teilt auf jeden Fall auch das Video, wenn ihr Ehrenmänner seid, zumindest an die Leute, die Fortnite spielen. Denn Karma gönnt jeden. Wenn ihr das Video einmal teilt, kriegt ihr doppeltes Karma irgendwann zurück. Außerdem, Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und außerdem, falls ihr das Video bis hierhin geschaut habt, Leute. Schreibt einfach mal Ende und dahinter euren Epic Namen. Denn da werde ich auch wieder ein paar Leute adden. Und abonniert den Kanal kostenlos für keine Videos mehr. Das heißt, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Seid ihr immer die Ersten. Und könnt die Gift Cards, wenn ich welche wieder mal verstecken sollte, in den Videos direkt einlösen. Und ich würde sagen, sonst noch einen schönen Tag, Morgen oder Mittag. Euer Wies, Leute. Und vergesst nicht jedes Video, die ich nur zur Unterhaltung. Und sollte natürlich niemanden beleidigen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Und... Ciao.